Zeigen Sie den Fingern mal her, bitte. Genau, und jetzt zeigen Sie mir Sie ihn bewegen. Das war das letzte Mal, dass Sie kommen sind eigentlich nicht möglich. Die Hand war blockiert und gesperrt nach der Glioplastom-Operation. Genau. Und wir haben Sie da gespiegelt nach der Methode von Renzo Celani, von diesem wunderbaren Heiler. Und unmittelbar danach haben Sie das benutzen können, gell? Eigentlich sofort. Mir ist es zuerst nicht aufgefallen, und dann haben Sie mich aufmerksam gemacht, und dann habe ich bewusst das registriert und den Daumen rein. Das ist sehr gut geblieben. Ja. Hat sich nicht verändert, ist eher besser geworden. Eher besser geworden, super. M.R. war jetzt auch in Ordnung, und die Kunden haben mir jetzt auch nichts, und wir haben Sie jetzt quasi gespiegelt mit der großen Platte von Renzo. Und Sie sagen Sie, wir haben jetzt viel mehr Energie. Ja. Mal schauen, wie lange das hält. Danke. Ich schicke Ihnen Renzo.